Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt, Land, Fluss. Wir legen direkt los. Runde 1, Buchstabe M. Hallo. Stinkende Sachen. Äh, wer ist denn wer? Keine Ahnung. Ist egal, finden wir gleich raus. Hoffentlich bin ich Flamingo. Hallöchen. Du musst doch nicht vorlesen, Hüly. Du musst dich konzentrieren und schreiben, ne? Ach, geht's schon los, oder was? Ja, ist doch schon. 65 Sekunden noch. Ach, die Scheiße. Oh, es ist vielleicht doch etwas knapp, das 90, oder? Ich fände es mir gerade irgendwie nix ein. Doch, das geht, das klappt. Gott. Geiße, Leute. Oh Gott, ey. Tut mir das nicht an jetzt. Okay. Wie definiert man dein eigener Pornoname? Ja, dein eigener, wie du dich nennen würdest. Oh Gott, ich bin gerade so schlecht. Ich werde auch gerade, ich muss erst reinkommen. So. Fertig. Fertig. Oh Gott, nein. Das ist so kurz für so viel. Ja. Ja, ich bin auch gerade so toll. Mushi-Fortz. Ah, ich bin Flamingo. Mushi-Fortz. Ja, ich bin O. Was bin ich denn? Ich bin Heron. Also, ich bin Heron. Also, so jetzt, für die Leute, die zuschauen. Bourbon Kid bin ich. Heron ist? Haubentaucher. Haubentaucher. Flamingo? Äh, ich, Daniel. Daniel, Owl oder Owl? Ja, Cleo. Cleo, Luz. Ich. Der Cola. Und Biva ist dann der Hülle. Ja, genau. Okay, wir gehen die Sachen durch. Stinkende Sachen. Ein Mushi-Fortz. Mein Gott, habt ihr da Sachen? Hab ich das so was schon mal gehört? Ein Mushi-Fortz? Ja, den hör ich manchmal, du. Was ist das für eine Frage? Ja, aber wenn du dich damit auskennst, keine Ahnung. Ich hab auch keinen gehört. Was? So, Muscheln. Muscheln? Muscheln, Stinken. Muscheln? Na ja, ne. Muscheln, Stinken ist schon echt ekelhaft. Was? Ja, ich würde das eigentlich auch so sehen. Also, ich muss nicht. Ja, die können, die können stinken. Lassen die Faule. Wer ist Flamingo nochmal mit meinen Füßen? Dein, okay. Misthaufen, Mäuse, Kacke und Müll. Alles klar. Passt. Eigener Pornoname bei mir ist Mäuschen. Das ist ja fisch. Was, wie? Wer macht denn dann hinkriegen rein? Das ist kein Pornoname. Mäuschen ist, äh, Märchengeschichte oder so. In Märchengeschichte. Maximal soft Pornoname. Ja, das stimmt wohl. Hast du auch recht, ja. Was ist MR Dick? Ist das ein Schiff oder was? Mr Dick. Ach, Mr Dick. Mr Dick. Die MR Dick Wandflug. Marta Granata. Marta Granata. Marta Granata. Alter. Sehr geil. Muschimaker. Was soll das denn sein? Ich weiß nicht. Muschimaker. Das passt aber, aber Mamas dicke Titten, das ist doch, du musst deinen eigenen Namen, nicht für einen Pornotitel. Ja, aber Mamas dicke Titten ist kein, nee, ist kein Name. Die eigene, eigener Pornoname. Dein eigener, wie du mit M heißen würdest. Achso. Wie du dich nennen würdest, wenn du den Pornoname fielst. Ja, das hat mich auch voll irritiert irgendwie. Achso, das habe ich, das habe ich jetzt nicht gewusst. Eigener Pornoname, genau. Ist kein Titel. Ja, beim Sex schreie ich Mama Mia. Mami, Alter. Gott. Du schreist doch nicht Mami. Mami. Mach du mal wieder die Arbeit. Mach du mal die Arbeit. Abreit. Mach du mal wieder die Abreit. Kannst du mal richtig schön abreiten hier. Mami. Mach weiter. Ja, das ist sehr gut eigentlich. Mach weiter. Mama. Mama. Alter. Was ist denn mit eurem Mann los? Mama. Alter. Was hast du denn hier? Hülli schreibt beim Sex Milf. Das war ich. Oh, Milf. Egal, wie alt die ist. Milf. Nee, oder? Milf. Anderes Wort für Kacken. Meter Wurm pressen. Alter. Meter Wurm pressen. Oh Gott. Mist bauen. Was? Mist bauen. Das kannst du da mit der Scheiße machen, aber doch nicht. Mist hängen lassen, geil. Mist hängen lassen. Maulwurst dreck. Maulwurst dreck. Maulwurst dreck. Maulwurst dreck. Finde ich zu süß. Zu süß? Oh, direkt gestrissen. Ja, danke Leute. Scheidungsgrund, männlich sein, im Bett furzen und Bier trinken. Mit bestem Freund geschlafen. Könnte ein Scheidungsgrund sein, muss nicht. Mit bestem Freund geschlafen. Muskelspunt. Ja, für den einen oder anderen ist das bestimmt ein Grund. Weg. Wer votet mich weg? Der Hülli. Dulli. Muttersöhnchen. Ja. Murmeln funktionieren nicht mehr richtig. Wie die Murmeln. Welche Murmeln denn? Was denkst du? Die zum Spielen. Ist Mord nicht schon eine Form von Scheidung an sich? Er kommt auf Anveno umrund. Das muss ja nicht deine Partnerin umbringen. Da kann ja auch das Kind sein. Scheidung schon durchzogen. Ein Mord ist schon vorbei. Das ist der härteste, die schnellste Scheidung auf jeden Fall. Kompliment. Mausi. Mausi Schatzi. Mann bist weiß. Mr. Sexy. Ey, wie geht's Mr. Sexy? Mann, du geile Mann. Du geile Schnute, ey. Stute vielleicht noch. Stute, ja. Stute wäre gut gewesen. Aber Schnute ist ja auch süß. Ja. Mann bist du geil zählt nicht. Geil. Mann bist du geil? Ach komm, L. Da fehlt ein L. Ja, komm. Ich bin ja auch nicht so verschreiben. Unnötige Superkraft. Marmelade einkochen in allen Farben. Okay. Was ist denn Maske O? Maske O? Maske only sollst du dann aber die Zeit weg. Maske O geht nicht. M geht auch nicht. So, Maske only halt. Batman hat nur eine Maske, also unnötige Superkraft. Da steht aber Maske O. Ja, die Zeit war halt nicht mehr da. Mitesser sprießen lassen. Bah. Was, Mentionsstopp? Das finde ich aber nicht unnötig. Ja, der eigentlich ist echt unnötig. Das ist echt voll geil. Das ist echt nicht unnötig. So, ich bin ready. Was ist denn, was ein Mann hat? Dann ist es unnötig, ja. Na ja, es ist ja nicht gedacht, dass man das nur bei sich machen kann, ne? Das wäre wirklich sehr unnötig. Philly, du musst auch Ergebnisrunden ready drücken. Philly ist lieber. Und es geht sofort los. Runde drei, zwei, eins. B. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, da oben. Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Oh Gott, ey. Scheiße. Scheiße. Ich habe zwei Sachen, ich bin scheiße. Oh nein. Philly, möchtest du vorlesen? Ne, mach mal ruhig. Stinkende Sachen, Blähungen. Yo. Babykotze. Yo. Bärenhintern. Weiß ich nicht. Stimmt. Als ich habe mir unseren Bärenhintern geschlüffelt eigentlich. Bananen vergammelt. Bierschiss. Definitiv. I agree that. Passend zum Oktoberfest, ne? Biefi stinkt auch eklig. Biefi. Der Battleficker. Eigener Pornoname. So, der Battleficker. Bibi Big Boop Bombshell. Bumsi. Bumsi ist aber süß. Ach, ich habe es wieder verkackt. Alter. Bulleneier hat massiert. Nicht Pornotypen. Ja, jetzt habe ich es endlich. Bumsmarie und Bies. Hallo Bulleneier hat massiert. Herzlich willkommen am Set. Das ist ein eigener Pornoname. Ich denke mal am Pornotitel. Bumsmarie ist aber auch geil. Ja, Bumsmarie ist gut. Bumsmariechen. Wir präsentieren Bulleneier hart massiert mit Bumsi und Bumsmarie. Wenn gar nichts vergeht, kommt der Battleficker. Beim Sex schreie ich Banana. Bums mich. Boah. Bitte gibts mir aber gleich. Bitte gibts mir aber gleich. Gibts mir nicht jetzt. Erst gleich. Erst gleich. Boah. 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 Bist du schlecht. Boah. Und Bäm. 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 Das muss knallen. Oh Gott. Anderes Wort für Kacken. Braun anmalen. Die Kloschüssel. Die braune Schlange in die Schüssel setzen. Die braune Wurst. B. B gilt nicht. Braune Klötze Die braune Minecraft Edition Braune Bratel vor uns So, Scheidungsgrund Bleigießen hat es so gesagt Betrug Betrug? Was für ein Betrug? Ja, was weiß ich Steuerbetrug Steuerbetrug Steuerbetrug, ich will nicht mehr mit dir Du hast bei Menopoli betrugen, es ist aus Bisexualität Oh ja Was? Okay, beim Fremdgehen erwischt Ja, die Beine rasieren Was hast du gegen rasierte Beine? Er macht ja ein Kreuz hin Brandstifter sein Haben wir doch nette Sachen Kompliment, rat mir einen Storch Siehst du gut aus Super Kompliment Baby, du bist der Beste Braunauge Braunauge Ja Braunauge Braunauge Daniel, hast du damit mal schon mal einen rumbekommen? Na klar Hey, Braunauge Braunauge Das ist doch irgendein Kompliment aus irgendeinem Film Das sagst du zu irgendeinem Pferd Hey, Braunauge Boah, bist du geil Und Busenwunder Ja Für die ein oder andere ist es ein Kompliment Unnötige Superkraft Blind kochen Bier trinken können ohne besoffen zu werden Das ist nicht unnötig, das wäre super genial Achso, stimmt Wenn man nicht betrunken wird Das macht überhaupt keinen Sinn Stimmt Ich hau mit 10 Liter Bier rein Ich werde nicht betrunken Das ist völlig unnötig Betonkraut Betonkraut kann nur ein Bärenzähm Geil Bärenzähm Ja Kann man auch machen Na ja komm, wenn wir jetzt in Russland wohnen Dann ist das jetzt nicht so Vor allem, weil in Russland über die Bären rumlaufen Und dir gab's nur Bruno und der ist tot Von daher ist Bärenzähm unnötig Weil der Daniel hört sich heute irgendwie so an Als ob der irgendwie mit so einem Kinderaufnahmegerät reinspricht Irgendwie das Mikrofon ist total Ja, irgendwann stimmt mit deinem Mikrofon noch nicht so Und das finde ich beides gut Okay Besser so? Ihr müsst bereit klicken Lose und, äh, oder Lusi Maxi Biva in the house, check it out Nooo, was haben wir? Car Schon wieder hatten wir das nicht? Ne Doch Nein Na, es ist zu offensichtlich Boah Boah Hm Gut Oh Mann Oh Mann, ist das plump Es ist echt schwer Es ist überhaupt nicht schwer Es ist irgendwie nur so Du hast so eine dämliche I-Runde Ah Warte mal Na komm, lass mal so Ja, lass mal so Ach, verdammt Ach Gott Boah, die letzte Kategorie Boah, die letzte Kategorie Boah Ja, das erste ist geil Kacke Kapsel, Kotze, Kotze, Kacke, Kacke, Kacke Kacke, Kacke, Kacke Kacke, Kacke, Kacke Karin Koch Karin Koch Karin Koch ist doch Ja gut, es könnte ein Transname sein Krabumkerl Mein Name ist Karin Karin Koch Krabumkerl Krasser Pimmel, Mann Krasser Pimmel, Mann Ergern wir mal Beim Sex schreie ich Komm schon, komm, komme Guck mal Da sieht man den Unterschied Der eine ruft Komm schon Komm schon Und der andere ruft Komme Komme Kannst mal schneller Kacke, bist du geil Kacke, bist du geil Krass Krass Hölli, kannst du das einmal schreien? Krass Keine Ahnung Anderes Wort für Kacken Das Klo sprengen Richtig hart, das ist fetzt Koten Koten Vor allem beide, Koten Kacke pressen Klebriges Su Klebriges Su Klebriges Su Klebriges Su Klebriges Su Ach komm Für diese klebrige Suppe Komm, dann mach ich jetzt wieder so Ja, dann passt schon Die klebriges Su Können auch ein Pornoname sein Die klebriges Su Krabes Wort mit Kappen Code drücken Ich geh mal kurz den Kuchen drücken Jetzt hört man den umarmen Iiii 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 Einmal zum Abschied drücken Scheidungsgrund Scheidungsgrund Knarrer in den Kopf gehalten wurden beim Ja sagen Oh Ja Kreditkarten überziehen Das ist definitiv Ja Kinder verweigern Kauft mir keine Kauft mir kein Auto Cleo Sorry Aus Protest Klauen Krankheit Krankheit ist ja gemein Das ist voll gemein Das ist ein Scheidungsgrund Ist meinem Nachbarn unten passiert Die sind dann halt sehr gemein Du hast gemeine Nachbarn Du zerstörst gerade mein Lebensbild Kompliment Königin Keiner hat so schöne Augen wie du Kussmund Killer im Bett Die Cleo ey Sorry Warte mal Du bist ein Killer im Bett Tag Ein Killer im Bett ja Knutschface Oh Knutschface Krass bist du geil Bei Hülli ne Krass Krass bist du geil Geil Krass kackst du schön Unnötige Superkraft Kaugummi unendlich lange kauen K zählt nicht Ich hab auch mit Kaugummi die ganze Zeit überlegt Kurz die Luft anhalten können Krank werden ist auch geil Ich möchte nicht zur Arbeit Ich werde krank Das kann praktisch sein Ja eigentlich schon Wenn wir in der Arbeit sind Heute geht nicht Ich bin wieder krank Was hab ich denn heute? Okay ich verstaubel mal den Fuß Oh man Klick Letzte Runde schon? Ne Vierte Stinkende Sachen Boah Alter Pfff Stinkt das? Ich weiß es nicht Ihr nicht ne Oh Gott Stinkt das ist so Das ist so politisch inkorrekt Klasse Anderswort für Kacken Ja 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 Ich hab's nicht genommen Scheiße Oh Gott So Scheiße Ach Mann ein baus hat sich so eben geschlossen sehr ärgerlich echt das denn nicht die gleiche idee hatten ich habe mich gefahren ich habe mich gefragt dass das stinken was steht das stinkt nicht riecht doch mal also nix stinkt auch nicht übrigens nagellack hat nur der hülle was richtig eigener porno name der neandertaler nuttige natasche nautilus nina will ja der nussmassierer jetzt hat er hülle es drauf nautilus also nutte gibst mir nochmal anderes wort für kacken die naturalien weg bringen nutella abseilen den n abseilen und der notdrücker scheidungsgrund nie zuhören nuttengefickt nicht wäsche gemacht niemals sex haben ja kompliment nasen ich wollte schnell irgendwas tippen da kam nichts mehr nur du bist mein ein und alles cool so eine fünfjährige wo sind denn deine eltern niedlich bist du na du geiles stück da höll ich schon wieder sein geil unnötige superkraft nie aufstehen können knacken mit dem augenlid vor allem augenlid müsste knacken mit dem augenlid ich finde das auch schön dass es falsch geschrieben ist auch noch das augenlid das auge sinkt aber ich finde das blöd dass cola nicht dabei ist lass mal weitermachen cola muss mitmachen ja wie geht das jetzt was müssen wir machen wir machen jetzt noch zwei runden kann jetzt nicht wieder rein ne kannst du nicht noch mal rein wenn du auf den link klickst oder so da steht das spiel ist bereits gestartet oder die runde ist bereits gestartet oder oder sowas da kann man mal eben ready zwei runden ok der cola war so kreativ wir vermissen ihn ja das war ganz besonders fies weil ich gerade auf ergebnis über mitteln geklickt habe und dann bämm weg ich hab mich so gefreut boah pfff hm so ich kann nicht beschreiben hallo ok hallo ich kann nicht beschreiben super gott ich ist auch ausgeflogen gucken wir gleich mal wenn du nicht reinkommst aber noch gleich mal neu aber jetzt geht es wieder irgendwie keine ahnung äh jetzt muss ich mich beeilen ja ne kann ich nicht was ist denn da los was ist denn da auch noch hier Boah, da fällt mir gar nichts ein, ne? Nein, das... Oh, Mann. Ähm. Gott. Ach, komm. Nein. Hui. Du konntest jetzt gar nicht tippen. Blöd. Nur das erste. Nur das erste. Langweilige Streber. Stinken die? Also, ich weiß nicht, die waschen sich bestimmt nicht, oder? Stinkenstreber? Nein. Das ist nicht fair. Lauch? Lauch? Also, ich kippe Porrisch-Tink. Ich auch, dass Porrisch-Tink. Leuchkot? Ja, wenn's gekocht ist, ne? L-Tick. Leuchkot? Was ist denn ein Leuchkot? Ein Leuchkot, der gekackt hat. Ich hatte ein bisschen Zeit zum Schreiben. Lauchsuppe nach sieben Tagen war das. Ja, das ist der Lauch. Das ist der Lauch-Tink. Ja, das stimmt, der da. Aber Lauchsuppe nach sieben Tagen stinkt echt. Das hatten wir mal gehabt auf dem Geburtstag, irgendwann mal. Wo das echt voll war. Aber am nächsten Tag hat die schon gestunken, wie sonst was, ey. Beim Sex schreie ich laut. Hä? Wo bist du denn? Achso, eigener Pornoname, ne? Ja, genau. Die interessanten Sachen. Lustmolch, Markus. Lili Lutscherin. Lili Lutscherin. Lili Lutscherin. Long John und Lutschwe. Oh, die Lutscherin. Die Lutschwe. Beim Sex schreie ich laut. Laut? Leck mich langsamer. Los, gib's mir. Laut? Ja, ich schreibe beim Sex laut. Laut. Da schreist du? Nein. Laut. 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 Hättest du jetzt wieder Angst oder so gesehen? Ja. Anderes Wort für kacken. Die lange Wurst pressen. Die Ladung rein semmeln. Ladung rein semmeln. Das ist ja geil. Ladung rein semmeln. Dein semmeln. Alja. Benutze ich denn jetzt auch, wenn ich kacken gehe, ey. Ich gebe mir eine Ladung rein. Ich gebe mir die Ladung rein. Eine Lullatschab sein. Eine Lullatschab sein. Lullatschab sein. Lullatschab. Lullatschab. Klingt so groß. Ja. Ist auch was Großes. Scheidungsgründen. Loser sein. Loser sein. Ja. Lügen. Lieblosigkeit. Liebespiel verkürzt. Ja, das ist ganz klar. Kompliment. Liebes. Liebes. Achso, doch. Liebes. Lieblingsmensch. Liebling, du hast einen in heißen Hintern. Liebe nur dich. Oh. Unnötige Superkraft. Langweilen um 8 Uhr. Ja. Ja. Leises sprechen. Ja. Sehr unnütz. Laut. Und Ass. Ich konnte nicht zu Ende schreiben. Damals hat nur noch zwei Buchstaben schreiben können. Ich hab einfach nur reingehämmert. So, dann kam das letzte. So. Spannung steigt. So. Du wolltest gerade laut vorziehen oder wolltest du schreiben? Das letzte. Superkraft. Ah. Stinkende Sachen. Oh. Warum schreibe ich eigentlich das so hin? Oh Gott. Na egal. Vielleicht gibt's noch... Oh Gott. Ah, Mann. So. So. Gott. 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 Ähm. So, äh, Kompliment. Und, äh. So. 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 Schön. Diese Panikreinschreiberei. Ja. Einfach irgendwas mit A. Dann hoffen wir so, dass es durchgeht und dann geht es durch. Und dann denk ich so, ach komm, das geht schon. Wie eben mein Lauti-Lust. Also, stinkende Sachen. Analloch, Anus, Arsch, Analbereich, Anus, Popertus. Wirklich sind alle in dieselbe Richtung. Ja. Aber nicht nur bei der Kategorie. Nicht nur bei der. Eigener Pornoname. Alles ficken Hans. Alles ficken Hans, ja. Anna Anal. Anna Anal. Anus McManus. Anna-Al. 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 Das war quasi die Kruchtform von Anna-Anal. Genau. Anna-Anal. Anal. Anal-Penetrierer. Oh Gott. Mein Text schreibe ich A-O-A. Alter, auf die Plätze fertig. Alter. 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 Auf die Plätze fertig. Los. Und dann kommt die Ladung. Geil wäre gewesen, wenn wir den Buchstaben E hätten. Dann hätte ich geschrieben Erster. Endlich. Aua, aua, aua. 1, 1, 1. Anderes Wort für Kacken. Alles rauslassen. Die Anaconda abseilen. Alter, das ist geil. Abseilen, abseilen. Armbrust schießen in den Brunnen. Wie ist das denn? Das geht so. Putsch. Du schießt doch keine Armbrust da raus. Geil. Oh mein Gott. Armbrust schießen. Den Bolzen reindrücken. Ich weiß auch nicht. Scheidungsgrund. Alien entführt meine Frau. Analverkehr mit der Sekretärin. Arbeit verloren. Auf den Bauch gekackt. Auf den Bauch. I. Kompliment. Alle lieben dich. Alter liebster Schatz, ich liebe dich. Alter bist du heiß. Ich weiß. Augen sind so schön. Augen sind so schön. Augen sind so schön! Augen sind so schön. Augen sind so schön. Nasen auch, Nasen sind auch schön. Ja! Haren? Augen sind so schön. Augen sind so schön! Alles ist geil an dir. Ich kann nicht wissen. Augen sind so schön. Augen sind so schön. Oh, Augen sind so schön. Unnötige Superkraft. Alle glatte Haare verteilen. Augen immer aufhalten müssen. Augen immer aufhalten müssen. Angeben. Autosaugen. Und Ausbau der Autobahn. Für den Verkehrsminister wäre das Superkraft. Alles klar, bestätigen mal, gucken wer gewandert. Oh mein Gott. Warten wir mal auf den Koller. Ich hab schon Bauchschmerzen. Ich hab schon Bauchschmerzen. Oh Gott. Einen vor dem Flamingo. War ich das? Oh, hab ich doch noch. Jo, danke fürs Zuschauen. Wir lachen noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn ihr sagt tschö, ey, ihr seid so unhöflich. Tschüss. Ciao.